Halleluja Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cathedral! In der letzten Folge waren wir im netten kleinen Wald und haben da einen komischen Gargoyle mal wieder besiegt und haben ein besseres Schwert bekommen und eine bessere Rüstung, mehr oder weniger, die uns mehr Leben gibt, wenn wir sterben. Und der nette Magier, bei dem ich eben nochmal war, der meinte, ich soll in den Westen, in den Wald und mit meinem komischen Geist soll ich da wohl in irgendeinen Laden gehen können. Und der sagt mir irgendwas Tolles, zu dem Poisonladen oder sowas meinte der. Und da bin ich jetzt auf dem Weg hin, auch wenn ich ehrlich bin und keinen Poisonladen gesehen habe, aber wenn der das sagt... Oh was, hier ist jetzt offen? Woher soll ich denn wissen, dass hier jetzt offen ist? Ich habe den ganzen Wald jetzt abgesucht und hier ging es letztens auf jeden Fall nicht lang. Ah, jetzt sind wir im Poison-Pavillon und davon haben die alle geredet. Ich dachte, es wäre irgendein Haus oder sowas, aber nope, es ist einfach... Au, oh nein, wo ist die Plattform? Es ist einfach ein eigenes Gebiet. Jallel, woher soll ich das denn wissen? Wollen die haben nichts davon gesagt, dass hier jetzt plötzlich offen ist oder so? Na gut, also neues Gebiet anscheinend irgendwie... Ja, ein Poison-Pavillon. Ja, danke. Poison-Pavillon. Ah, ja, ich sehe schon. Ja, ja, alles ist hier gepoisoned. Das ist ganz nett und so. Oh, ich hasse solche giftigen Sachen. Guck mal, da tropft das sogar schon runter. Ja, geil, da habe ich ja richtig Bock drauf. Ah, ja, natürlich, natürlich. Die fallen hier aus den... Okay, neue Gegner. Ich liebe neue Gegner. Diese Skulpturen fallen einfach aus den Bildern raus. Anscheinend sogar jeder. Okay, dann weiß man wenigstens, an was man dran ist. Hier ist nochmal eine neue Fähigkeit irgendwie. Und hier können wir vielleicht den Scheiß mal abdrehen. Oh, ich mache den Scheiß-Gift weg. Danke. Aua, ich gehe trotzdem gegen. Nochmal. Und diese komischen Kobolde gibt es hier auch wieder. Los, zeig deinen... Aua. Einen kleinen Kopf. Okay, zumindest schon mal eine Map und wahrscheinlich noch ein bisschen Geld. Genau. Der Klassiker. Danke für die Map. Ist ja auch schon wieder so ein riesiges Gebiet, was man sich alles angucken kann. Oh, Mann. Aber ohne nichts ist... Ich war jetzt acht Minuten in diesem Wald und habe diesen Weg gesucht und wusste einfach nicht, was die meinen mit Poison-Pavillon. Also, ja, Open World schön und gut, aber so ein bisschen bessere Hinweise hätten die Show geben können. Oder aber mein Englisch ist einfach so schlecht. Oh. Und meine Ausweichfähigkeiten anscheinend auch, dass ich einfach nicht kapiert habe, was die von mir wollen. Aber hier links geht anscheinend auch noch weiter. Dann können wir uns das wenigstens nochmal angucken. Ein weiterer Schrein ist hier, für den wir aber noch keinen Schrein gedöhnt haben. Heißt, das bringt uns noch nicht wirklich. Was da oben scheint... Ah, nee, bitte nicht. Oh, Gott. Scheint noch irgendwas Tolles zu sein. Ich weiß nicht was. Aber eventuell... Wie soll man den Dingern denn ausweichen? Das geht überhaupt gar nicht. Da ist noch so eine komische Tür, an die wir nicht rankommen. Ja, geil. So was liebe ich hier. Dahinter ist wahrscheinlich der Boss dann, oder wie? Okay, haben wir das auch schon mal gesehen? Jetzt können wir hier nochmal sterben. Ah, guck mal, jetzt habe ich es raus, Leute. Jetzt weiß ich, wie der Hase hier läuft. Man lässt sich treffen und dann kann man hier nämlich einfach vorbei. Haha. Gehe ich halt dieses Mal hier runter, statt diesen blöden Weg dazugehen, wo wir eben gestorben sind. Können wir hier denn schon lang? Ja. Sieht zumindest so aus. Hilfe. Kann man da rüber? Ich bin mir nicht sicher. Ich lasse es lieber, weil ich habe keine Leben mehr. Okay. Anscheinend müssen wir die Blubberblase benutzen, um hier rüber zu kommen und zu sterben. Kommt mir ein bisschen zu vor, als würden sich die Tode hier häufen. Wie seht ihr das? Wieso klappt das denn nicht? So ein Scheiß hier. So, da rüber. Komm mal. Ich hasse diese blöden Kanalisationen hier. Das ist nicht immer die Kanalisation. Die ist einfach nur alles giftig. Ich hasse alles, was giftig ist. Gift ist scheiße. Wer produziert überhaupt sowas? Ja, Gift. Gift ist allgemein schlecht. Überall. Aua. Mann. Ich brauche auf jeden Fall mehr Leben. So wie das aussieht. Oder ein Check... Oh. Checkpoint. Man kann seine Attacken hier kaputt machen von dem kleinen Slimer hier. Aber er kraft dann immer wieder an. Der Blödmann. Also ein Scheiß ist ja so programmiert, dass er so und so viele Blubberbläschen haben kann. Auf dem Bildschirm. Mann. Das ist doch scheiße. Und wenn die Blubberbläschen halt weg sind, dann spuckt er nochmal neu. So. Okay. Aber ich habe zumindest verstanden, was man hier machen soll. Da kommt man ja wohl auch so hoch. Wenn da jetzt nur eine Truhe ist, dann bin ich wieder sauer, Leute. Das kann so nicht weitergehen. Und alle. Hopp. Aber hier sieht man auch wieder schön, dass die halt selber programmiert haben. Ich finde, das sieht man sehr schön an diesen Blubberbläschen. Dass die das halt so programmiert haben, dass wenn so und so viele Blubberbläschen auf dem Bildschirm sind, dann kommt erstmal nicht eine neue. So. Von da kommen wir. Vielleicht gehen wir jetzt nach rechts. Eventuell war das wieder nur eine Abkürzung. Ich verwute aber schon, da ist ein Augmented Ding. Und diesmal kriegen wir wahrscheinlich hier wieder so eine Fähigkeit, dass wir diese blauen Teile da aufbekommen. So. Was ist hier der Plan? Hallo? Achso. Achso. Ich dachte, auf den Stellen kann man stehen, aber nope. So. Ich glaube, da hoch. Komme ich da hoch? Ja. Okay. Ich komme hier hoch. Bringt mir aber gar nichts. Alles klar. Dann schauen wir erstmal rechts lang, weil ich habe keine Lust runterzufallen und dann den ganzen Weg wieder nach oben zu gehen. Aber zumindest sind hier keine komischen Gegner, die einfach von irgendwo kommen und von links und rechts schießen. Okay. Hier bringt mir das anscheinend absolut gar nichts. Denn ich komme hier nicht weiter. Nope. Musst du irgendwie auf die rechte Seite kommen, damit ich da links weiterkommen kann. Äh. Okay. Hier sind auch immer diese Skeleton-Figuren. Was auch immer die für eine Bedeutung haben. Stimmt, haben bestimmt auch noch eine Bedeutung. Ist bestimmt irgendein Boss oder so. Oder der böse Lord, der hier in der Geschichte vorkam. Und vier dieser Dinger. Okay. Okay. Ah, das sind Rätsel. Okay. Ich habe einfach alle betätigt und anscheinend war es richtig. Mann, habe ich ein Glück. So, jetzt muss ich noch der erste von hier unten weg. Mal gucken. Nein, das war der falsche. Aktivieren wir ihn einfach nochmal und machen den hier an. Ja. Wow. Bestes Rätsel aller Zeiten. So, was machst du? Wahrscheinlich einfach nur das linke Ding hier weg. Und dann habe ich hier eine Kiste. Ach, ich hasse das, wenn es so viele Wege gibt, wo man lang gehen kann. Huah. Okay. Nur eine Kiste. Dafür zu sterben lohnt sich jetzt nicht. Und deswegen werde ich auch einfach mal nicht getroffen. Easy. Okay. Ich werde besser in diesen Jumping One Parts. An sich habe ich ja Training durch Mario Maker 2. Hi. Ich habe Angst, dass irgendwann diese ganzen Statuen zum Leben erweckt werden. Wie wurde ich da bitte nicht getroffen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach den Blick dafür, Leute. Ich habe den Blick. Okay. Ja, fall halt runter. Wäre witzig, wenn die da noch angreifen würden und nicht immer nur einfach runterfallen würden. Vor allem, dass einfach jeder runterfällt, ist schon so ein bisschen lame, oder? Okay. Da haben wir noch eine Kiste, an die ich wieder nicht rankomme. Sowas hasse ich. Wieso darf ich an diese Kiste nicht ran? Äh. Weh. Ich kriege ja nicht noch irgendeine Fähigkeit, dass ich an diese ganzen Kisten ran darf. Aber egal. Sieger gehen erst einmal nach oben. Das kennen wir ja schon. Okay. Sieger gehen doch nicht nach oben. Sondern Sieger gehen erst einmal nach unten. Und hier haben wir gar nichts. Noch mehr ekligen Schleim. Da ist eine Fähigkeit. Das wird wahrscheinlich die Fähigkeit sein, womit wir diese roten Dinger dann wegmachen können. Sowas verunsichert mich hier auch immer. Warum ist hier ein Weg nach rechts? Strange Sache, das. Da kommen wir noch nicht vorbei. Da sind ganz viele Leben. Das ist auch strange. Warum? Kommen wir jetzt irgendwie an dieses Zahnrad? Ach nee, von hier oben kommen wir, ne? Einmal im Kreis gelaufen. Easy. Oh, schön. Ja, okay. Da kommen wir auf jeden Fall noch nicht rein. Kann der Geist da rein? Ne, der Geist kann da auch nicht rein. Der hat auch keinen Bock vergiftet zu werden. Alles klar. Dann vielleicht hier unten irgendwas. Hier können wir halt auch wieder nach links und rechts gehen. Rechts wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Dann hätten wir so einen Kreis hier machen können und dann wären wir halt hier. Ach, so viele Wege. Aber hier scheint es auch noch nicht weiter zu gehen. Was haben wir denn hier? Waren wir hier irgendwann schon mal? Okay, hier brauchen wir auch irgendwelche Schalter. Also hier gibt es noch sehr viel zu entdecken, wenn wir denn mal alles hätten. Aber gerade können wir hier nichts machen. Zumindest schon mal eines dieser Dinger. Bringt jetzt auch noch nicht wirklich was. Aber ist zumindest da. Bitte tropf dich runter. Das ist sehr nett. Danke. Achso, ich muss hier weiter, dann da weiter. Hä? Okay, egal. Passt schon. Okay. Ah! Okay, okay, okay. Oh, what? 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 Das bricht hier einfach alles weg? Oh Gott, okay. Lass dich da bitte rüber. Einmal aktivieren. Bricht das immer noch weg unter mir? Wieso ist das weggebrochen? Man sieht das vor allem gar nicht, was weg bricht und was nicht. Oh, nicht richtig Glück, dass ich noch so viele Leben hatte. Okay, ich glaube, aber links war richtig. Rechts hätten wir bestimmt auch irgendwie wieder eine... Oh Mann. Eine Hilfe. Eine Truhe irgendwie bekommen. Hier schon wieder so viel Stuff. Oh nö, nächster Hit und ich bin tot. Nächster Hit und ich bin tot. Nächster Hit und ich bin tot. Das muss jetzt funktionieren. Ah! Okay, okay, okay. Ich kann mich nicht heilen. Bitte einen Speicherpunkt. Bitte, bitte, bitte. Hier ist kein Speicherpunkt. Nur ein ganz großer Raum. Ist da oben vielleicht noch... Ah! Wieso gehe ich zurück? Wieso? Wieso? Gut, wir gehen erst nach rechts. Tja, hier haben wir auf jeden Fall einen Teil zum Aktivieren. Aua! Und wir aktivieren es noch einmal. Dann können wir hier hoch und einmal speichern. So, so. Hm. Können wir unseren Geist nach unten schicken? Nein. Okay. Das hätte ich gedacht, dass ich hier einfach... Oh, aber wir können. Warte. Kann der Geist das vielleicht trotzdem aktivieren? Geist, aktiviere dieses Ding. Okay, kann er nicht. Geist ist unnötig in diesem Level irgendwie. Bisher zumindest. Noch so ein Teil. Immer diese Rätsel hier. Okay, jetzt können wir hier links vorbei, aber... Hä? Wozu? Ah, okay. Anscheinend brauchen wir das. So, das ist, glaube ich... Ja, das ist Nummer 1. Jetzt haben wir die rechte Seite frei, aber ich glaube, die linke Seite muss halt auch noch frei gemacht werden. Okay, das erinnert dann mega an Agelos. Da hatten wir auch so eine ähnliche Welt. Die Wasserwelt, wenn ihr euch erinnert. Wenn ihr das überhaupt geguckt habt. Dann war das auch so, dass man links und rechts was machen musste. Und dann kam man erst richtig vorbei. Bitte lass mich in Ruhe. Aua, ich will hier nicht sterben. Danke, bitte. Tschüss. Okay. Du siehst aus wie ein Shovel Knight mit einem Hammer. Coole Sache, Dude. Und dann gibt es ja nicht mehr Sachen. Diese großen... Diese Leute, die immer richtig viel abziehen, geben einfach nichts. Voll unfair. So, komm her, du kleine Blubber-Blazer. Aber es funktioniert überraschend gut, diese nach unten Attacke. Das muss man zugeben bei diesem Spiel. Bei jedem anderen Spiel ist diese Attacke einfach scheiße. Außer vielleicht bei Shovel Knight. Aber hier geht das voll klar. Und hier wohnt anscheinend auch jemand. Hi. Ich breche einfach mal in dein Haus ein, ja? Ich hoffe, das ist okay für dich. Zum Beispiel wohnt hier ein netter Slimer. Und nette Fallen leben hier auch. Wer mag denn keine Fallen? Aua, das ist sehr nett. Ich liebe Fallen. Fallen sind was Schönes. War da links noch irgendwas? Ist mir gerade egal. Ist mir das egal? Ne. Ist mir nicht egal. Ich muss mir das angucken. Eine Truhe. Das hat sich doch bestimmt gelohnt. Ja, doch. Zumindest so 200 Münzen. Wenn ich hier nicht runterfalle, ist alles cool. Nice. Was gefällt mir gut? Pupp. Und tot, 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 tot. Tot und Gedärme und Sterben und überhaupt. Du komische Einzeller. Das da runterschieben. Geil. Gutes Rätsel. Man hat gar keinen anderen Weg, aber egal. So. Hier kann unser Geist mal wieder irgendwas machen. Wozu genau? Gar keine Ahnung. Hä? Ja, also anscheinend komme ich hier nicht weiter. Vielleicht mit dem Damage Boost? Wir müssen es ausprobieren, Leute. Ja, mit dem Damage Boost kommt man hier auf jeden Fall hoch. Ob das jetzt der Plan war? Nein! Der Geist hätte hier diesen Block da runterschieben sollen. Ah, egal. Hat der trotzdem funktioniert. Oder brauchen wir den? Weil hier muss ja jemand drauf. Okay, wo kriegen wir denn jetzt einen Block her? Der hier oben hingehen kann. Hm, egal. Wir schauen erstmal in die Tür rein. Aktiviert irgendwas? Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Oh ne, kommt jetzt wieder Lava von unten? Das hört sich so an, als wenn hier wieder irgendeine Scheiße aktiviert worden wäre. Hä? Ich bin voll verwirrt. Kann er mir bitte mal anzeigen, was gemacht wurde? Ich glaube, hier wurde einfach aufgemacht, ne? Okay, also wieder eine Abkürzung freigeschalten. Okay, dann mache ich das einfach mal so, wie es vorher geplant war. Das heißt, das Ding da runterschieben. Toll. Das kann ich hier auf jeden Fall hoch, ohne Leben zu verlieren. Aber ich komme ja trotzdem nicht da durch. Oder meint ihr, der Geist kann das auch runterdrücken? Der Geist kann das runterdrücken! Aber es geht sofort wieder zu, wenn ich halt weggehe. Also wir brauchen an sich wirklich einen... Ja. Ich kann mich ja nicht bewegen, wenn ich den Geist benutze. Warum irgendwie einen Knopf hier? Aber hier ist ja nix. Tja, dann gehen wir halt doch nochmal hier lang, ne? War ich hier schon mal? Ja, ich war hier schon mal. Okay, bin ich hier gestorben? Ich glaube nicht. Ne, bin ich nicht. Doch, bin ich, weil ich wieder zurückgegangen bin. Korrekt, korrekt. Okay, dann gucken wir nochmal rechts. War ich hier schon? Ne. Äh. Hier war ich noch nicht. Der schießt immer. Immer wenn er aufsteht, dann schießt er. Der Blödmann. Also man kann ihn eigentlich gar nicht... Ich lasse ihn jetzt in Ruhe. Man kann ihn nicht wirklich gut treffen. Okay, das sieht auf jeden Fall neu aus. Scheint auch neu zu sein. Da ist wieder so ein komischer Dude. Hi. Aber der kann ja nix. Der schnickt ja immer nur. Wow, wow, wow. Ich hab ein Schwert. Du hast einen Hammer. Schwert plus zwei ist Stärkheitshammer. Minus acht. So. Das Ding fällt wieder runter. La, la, la. Da oben sind auch Dinger. Der fällt auch runter. Easy peasy. Okay, ein sehr langes Teil von denen. Okay, hat mich nicht getroffen. Finde ich gut. Was mache ich denn hier? Ich verstehe überhaupt nicht, warum ich hier bin und was ich hier soll. Okay, ist das jetzt die linke Seite? Ist jetzt die ganze linke Seite aus? Okay, hier ist jetzt alles weg. Okay, dann kann ich also in die Kisten ran. Vielleicht hat er ja auch die linke Seite irgendwie freigem... Ach nee, wir können jetzt hier die linke Seite freimachen. So, und jetzt ist da rechts nämlich alles frei. Und da ist das dieser große Raum hier. Ja, genau. Jetzt können wir hier nämlich hoch. Und uns da das komische Zahnrad endlich holen. Ja, neue Fähigkeit. Altes Zahnrad. Dieses Zahnrad sieht aus wie ein Part von einer größeren Maschine. Toll, ist doch keine neue Fähigkeit. Ist einfach nur ein blödes Zahnrad einer größeren Maschine, die ich noch nicht mal gefunden habe. Habt ihr irgendwo ein Zahnrad gesehen? Eine größere Maschine, wo ein Zahnrad gefehlt hat? Aua, ich nicht. Und hier komme ich noch nicht vorbei. Wat denn für ein Zahnrad? Und wie kriege ich diesen Block da hier oben hin? Kann hier ja nichts kaputt machen. Ich verstehe gar nichts. Kann ich hier nicht irgendwas drauf platzieren? Habe ich eine Bombe oder sowas? Kann ich das Zahnrad hier drauf platzieren? Oh, ich komme hier nicht mal mehr wieder hoch. Geil. Hä? Hier geht es noch nach unten. Bei den Dingern hier oder was? Ja, als Oppi. Hä, woher soll ich das denn wissen? Das geht... Okay. Das wird nicht Lösung des Ziels sein. Aber hier gibt es garantiert irgendein Geheimnis. Noch. Weil man das nur mit der Map überhaupt rausfinden konnte. Ey, wenn hier jetzt dieses komische Zahnrad ist, was ich suche... Hä? Hier ist auch gar nichts. Jetzt komme ich da auf der rechten Seite irgendwie lang. Ey, ich bin so verwirrt. Warum? 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 Au, ja, danke dafür. Gott, ist das alles dumm hier. Okay, hier kann man ja wohl runter. Okay, jetzt kann man das hier aktivieren. Jetzt kann ich wieder auf die linke Seite. Habe allerdings nur noch ein halbes Leben. Das heißt, ich werde sowieso sterben auf dem Weg dahin. Diese Ebene ist so behindert dumm. So, na, hat er das jetzt gespeichert hier oder nicht? Man weiß es nicht. Wir probieren mal. Ja, sieht gut aus. Okay, irgendwas Neues hier. Hallo? Eine Kiste. Wehe, es bleibt bei dieser Kiste. Für Kisten mache ich das garantiert nicht. Ich will weiterkommen mit der Story. Hilfe, ein, zwei, oh, stopp. Okay. So, hier muss jetzt aber die große Konstruktion sein. Sonst habe ich gar keinen Plan, wo ich hin... Oh, zumindest ein Augment-Ding. Hast du, oder? Cool, dann bin ich durch bei einer Sekunde. Geil, wir können jetzt eine Sekunde schneller uns heilen. Cool, also zwei mal miteinander heilen. Mega gut, ja, danke, du kleiner Scheiß-Knomen da unten. Ohne Witz. Ohne Witz. So, da ist doch bestimmt noch was versteckt. Das kannst du mir nicht erzählen. Magier, mach das Ding kaputt. Okay, dann nicht. Gucke ich mich halt weiter. Hier, um... Kann ich jetzt mal hier irgendwo... Irgendwas Story-mäßiges abgehen, bitte? Hier war ich doch auch schon. Das hat einfach überhaupt gar nichts gebracht. Das hat nur ein Augment-Ding gebracht. Okay, also das war wieder Side-Quest hier. Hat mich nicht vorangebracht in der Story. Tja, dann... Keine Ahnung. Okay, dann probieren wir mal hier ganz rechts irgendwie hinzukommen. Oh, okay. Hier kann man inzwischen lang... Okay, keine Ahnung, was hier vorher... Auf jeden Fall ist hier ein Portal. Das ist doch schon mal interessant. Okay, kommen wir also auch hier hin. Schön, aber nicht das, was ich gesucht habe. Hier ist auch noch ein geheimen Weg. Okay, die hätte man aber erkennen können. Ja, okay. Wenn da so komisch grüne Dinger sind, dann ist da meistens was. Aber anscheinend nur ein Buch. Da rechts ist auch noch irgendwas versteckt. Ich sehe es doch. Ich sehe es doch ganz genau. Ich werde sterben bei dem... Okay, doch nicht. Zack. Hätte ich auch kaputt gemacht. Da ist noch irgendwas drin. Ein Ammo-Upgrade. Okay, das lohnt sich. Fünf Pfeile mehr. Nice. Können wir hier auch wieder zurück. Nö. Wir müssen wieder diesen blöden Weg hier gehen. Das ist ja sehr nett von dir, das Spiel. Aber hinweg auch. Guck mal, was ich für ein Profi bin. Okay, somehow ist hier rechts noch mehr von diesen Dingern. Und ich kann jetzt hier aus irgendeinem Grund, warum auch immer, ich habe gar keine Ahnung, aber hier die ganzen Giftdinger da wegnehmen. Was weiß ich denn? Ja, hä? Ist das jetzt gut oder schlecht? Der Rechte macht den Rechten weg. Der Linke macht den... Ah ja, jetzt haben wir es ja schon. Okay. So, alles frei hier. Sehr schön. Also, ja, die sind immer für verschiedene Dinger da links verantwortlich gewesen. Habt ihr ja gesehen. Bla, bla. Passt schon, Leute. Passt schon. Haben wir geschafft. So, alles weg hier. Lass mich durch, du komischer Kobold. Ich muss jetzt wieder auf die linke Seite. Wie auch immer ich da hinkomme. Gar kein Plan. Irgendwann war ich da schon... Ich markiere mir das mal. Da muss ich hin. Ohne Witz. Dieses Gebiet ist furchtbar. Furchtbar. Woher soll man das dann alles wissen, was man hier machen soll? So, hier haben wir uns alles frei gemacht. Jetzt bitte nicht sterben. Wehe, das war nur für dieses blöde Buch da drüben. Ich komm nicht mal an das Buch ran. Nee, kannst du voll vergessen. Ja, geh, geh. Wenn ich jetzt sterbe, weil ich runterfalle, dann hasse ich alles. Mann. Wehe, ich krieg keine Dash Attack oder so. Oder irgendwas Cooles zumindest. Irgendwas Spaßiges zu spielen. Zumindest mal ein Speicherpunkt. Das wär's doch. Äh, danke fürs Runterfallen. Hab dich auch lieb. Los, schieß. Und ich geh weg. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh, ey, hier ist wieder so viel Krams. Wenn der mich vor allem einmal hittet, dann bin ich locker tot. Deswegen mal lieber nicht gehittet werden. Danke für das Herzchen. Kann jetzt mal diese große Maschine kommen und ich will jetzt endlich mal meine neue Fähigkeit bekommen? Ich will irgendwas Neues. Bitte, ich brauch jetzt ein bisschen, ein bisschen Zustimmung und Liebe brauch ich. Und nicht, nicht noch mehr Gegner und noch mehr ekliges Zeug. Hi. Ein Glück, unser Schwert jetzt stärker gewonnen. Ein Glück haben wir das wenigstens gemacht mit den Gargoyle. Ein Speicherpunkt, danke. So. Weil sonst wären wir jetzt richtig schwach vom, vom Schwert her. Vom Schwert her, Digga. Wären wir sonst richtig schwach. Bitte Heilung und so einen Scheiß, ja. Hab ich mir fast gedacht. Okay, und ansonsten nur Kram, den wir, glaube ich, erst später machen können. Oh, obwohl, was ist das denn hier? Double Jump, na endlich. Equip the Charm und du kannst einen Double Jump machen in der Luft, ja. Und natürlich, da ist auch noch der Skeleton. Hab ich doch gewusst, dass der irgendwann mal zu leben anfängt, ja. Ja, los, schieß doch deine Dinge ab. Mir egal, ich werde dich trotzdem vernichten. Komm her jetzt. Okay, dann schieße ich dich halt mit meinen Teilen hier ab. Du hast ein Schwert, ich habe Pfeil und Bogen. Tja, Schwert ist geiler. Hast wohl den Schrein hier beschützt, ne? Aber ich hole mir jetzt den Double Jump. Tada, wuhuah. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Wuhuah. Okay, das finde ich cool. Aber wir haben immer noch nicht den Kack hier freigeschalten. Oh, Manni. Also da werden wir auch noch irgendwas bekommen, irgendeine Fähigkeit, dass wir diese Teile da aufmachen können. Oder es ist wieder irgendein Knopf, den man betätigen muss, damit das da aufgeht. Ja, wie komme ich jetzt zurück? Da hat wieder keiner drüber nachgedacht, ne? Wie ich wieder zurückkomme. Ich kann das hier noch nicht öffnen. Spiel! Oh, was? Ach, man kommt da mit dem Double Jump durch. Als blauer, als blauer, roter Ritter kommt man da durch. Ah, okay. Das war dann quasi jetzt schon die Fähigkeit davon. Ja, nice. Okay, das gefällt mir. Meine Fresse. Okay, dann kommen wir hier jetzt auch überall hoch. Oh, das ist doch schön. Das ist doch angenehm. So ein Doppelsprung, sehr angenehm. So, tschüss, ihr roten, ihr blauen Ritter. Ich bin auch ein blauer Ritter, wenn ich einen Double Jump mache. Die haben einen sehr komischen Job hier. Die machen einfach gar nichts, außer die ganze Zeit auf einer Stelle schlagen. Komische Leute. Aber okay, wenn sie Spaß dran haben, sollen sie doch. Das können wir auf jeden Fall überall hoch mit so einem Doppelsprung. Sehr nett. Und jetzt können wir auch den Dingern hier viel leichter ausweichen. Oh, so ein Doppelsprung. Also, huch. Jedes Spiel braucht ja wohl einen Doppelsprung. Dab, 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 dab. Okay, also sehe ich... Nee? Die einzelnen Dinger hier sind auf jeden Fall durchsichtig. Sowas gibt es hier also auch, ja? Höchst interessant. Aua! Okay, nicht nur die... Hier ist... Komische Sachen sind hier durchsichtig. Semi-transparent, kann man auch sagen. Ich habe schon wieder einen Ort hier verpasst. Warte, warte, warte. Ah ja. Fällt man einfach durch die Decke. Hui! Okay. Könnte sich lohnen. Zumindest volle Heilung und so. Und richtig viel Geld. Oh, ein paar Tausend sind das auf jeden Fall. So, was haben wir hier unten? Noch mehr komisches Gedöns. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht noch mehr unsichtbare Sachen. Tja, und das wirkt schon wieder so, als wenn hier gleich zumindest der Bass kommt. Aber wir haben so viel Geld. Eigentlich müsste ich einmal zurücklaufen. Ich müsste eigentlich wirklich einmal zurücklaufen und mein Geld in die Bank tun. Sonst verlieren wir so viel Geld. Oh, hier kommt man aber auch nur voran, wenn man tatsächlich einen Doppelsprung hat. Huch. Als ob das nicht geht. Lass mich da jetzt hoch! Oh. Oder kann man da durch? Nö. Oh, ich hasse alles. Als ob ich da jetzt nicht hochkomme. Digi, was? Gut, gehen wir halt den anderen Weg. Die hätten mich da aber ruhig hochhüpfen lassen können jetzt. Ohne Witz. Komme ich zumindest zu der Truhe, ohne hierhin zu wollen tun. Ist auch in Ordnung für mich. Jetzt habe ich nochmal den ganzen Weg laufen. Danke, Spiel. So. Oh, und nochmal Verstärkung für Schwert irgendwie. Aber... Ne, genau. Hier waren wir doch. Genau hier ist das. Ich komme da nicht vorbei. I shall not pass. Ich sei denn, ich komme hier irgendwie durch. Aber sieht nicht so aus. Hä? Junge, ich hasse diesen Dungeon. Ja, genau hier war ich eben. Und ich kam hier nicht hoch. Deswegen bin ich einmal rumgelaufen. Kommen wir da einfach durch. Aber nein, okay. Ja, das war genau hier. Da kam ich nicht hoch. Ja, geil. Okay, also ich muss auch irgendwie diesen Scheiß da ausmachen. Aber wie? Sechs einhalb Stunden später. Kommt man hier irgendwie durch? Ne, aber die Leiter ist auch weiter unten. Hier gibt es auf jeden Fall noch... Als Obi! Dein Ernst? Ich muss hier so einen Geheimweg finden, um das Kackteil hier... Oh mein Gott! Das sind alles so Spielprinzipien, auf die ich nicht sofort komme. War das jetzt alles, was ich machen musste? Und warum ist da eine Leiter nochmal ganz rechts? Ich komme hier irgendwie nur zufällig weit... Hä? Weiter! Und nicht so, wie ich das will. Hier ist ja trotzdem zu! Ich muss da irgendwie von der rechten Seite rein. What the fuck? Ach, ich habe da oben ja den Kack weggemacht. Genau, da muss ich jetzt hin, ne? Gebe ich zu, das war kurz hier eigene Dummheit. Hier habe ich das Ding weggemacht, jetzt kann ich hier runter. Dann kann ich da runter. Dann habe ich hier eine Leiter. Und die führt mich... Eventuell... Irgendwohin. Hier ist absolut gar nix. Okay. Doch, da! Okay. Frag mich nicht, warum ich genau da geschlagen habe. Keine Ahnung. War da so ein Teil grün? Keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall die Tür. Alter, dieses Schloss oder was das ist, das regt mich so auf gerade. Ist das alles schlecht? Ist das alles schlecht hier? Alles so schlecht. Okay, sehr, sehr guter Raum. Danke. Ich hoffe, ich habe da nichts vergessen. Hundertprozentig doch. So, schön. Wir haben ein Buch. Und wir haben eine neue Fähigkeit, die jetzt aber auch nichts bringt. Ehrlich gesagt. Höh. Okay, Buch. Buch acquired. So, dann haben wir hier nämlich noch die Schwertverbesserung. Tada! Oh, nee, ist ein Charme. Und wenn wir das machen, dann haben wir doppelt ein Damage, wenn wir nur noch ein Herz oder weniger haben. Okay, also für eine ganz schlechte Charme haben wir den ganzen Scheiße jetzt gemacht. Ja, das ist sehr gut. Und wo ist jetzt der Boss? Da oben. Oh, jetzt macht vielleicht dieses Ding hier auch Sinn. Das soll gehen? Ja, Tatsache. Okay. Schau, wir haben noch ein acquired Dingspubs hier. 500. Geil, danke dafür. Komme ich jetzt endlich... Oh, ein Büchlein. Jetzt kommen wir da auch vorbei. Kann ich hier bitte einfach lang gehen? Warum muss ich denn immer so viele Umwege laufen? Aber an diese Augmentation da kommen wir jetzt auf jeden Fall auch ran. Aber kam er doch auch schon vorher. Hä, wie unnötig. Ich hätte doch sowieso durch diese blauen Dinger da links laufen können. Wozu soll ich hier denn jetzt hingehen? Ach, einmal dafür das Buch, ja? Für 150 Gold habe ich das jetzt hier wieder gemacht. Ey, ich hasse dich. Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich. Ich glaube, ich muss meine Review doch nochmal abändern. Ja, wozu habe ich das denn da jetzt rechts aufgebaut? Ich komme doch hier sowieso hoch. 2% Chunks. We're Void Damage. Das ist schon unsere zweite. Und ich kann nicht sogar raus. Alles unnötig, Leute. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich auch an diese Leiter hier ran. Und da oben ist hoffentlich diese Konstruktion. Und der, die alle reden. Nein, okay. Aber zumindest noch eine extra Bottle. Jetzt haben wir schon drei davon. Ich will doch einfach nur zum Post. Wieso kriege ich hier so viel Scheiße? Nein, ist alles gut und so. Aber es ist trotzdem nicht die Sachen, die ich haben will. Okay, aber wir können dann noch einen Charme aktivieren. Das heißt, wir aktivieren jetzt noch dieses Ding hier erstmal. Erstmal. Ich glaube nicht, dass wir es brauchen. Ah, dann kann man sich mal aussuchen. Jetzt verstehe ich das. Es gibt drei Magic-Dinger. Also die oberen sind für Magic. Die anderen sind für Moveman. Und die ganz unten sind für Combat. Und wenn wir so noch ein Leben haben. Dann machen wir doppelten Damage. Ist doch auch ganz nett soweit. Ach, das Teil hier. Und jetzt können wir hier auch mit einem Doppelsprung hoch. Das ist die Konstruktion. Ja, stimmt. Die haben wir schon gesehen. Da wäre ich niemals drauf gekommen, dass da so ein blödes Teil rein muss. Alter, okay. So. Aufnahme geht jetzt schon eine Stunde, zehn Minuten. Aber ich will diesen Boss jetzt nochmal sehen. Oh nein. Necomenz ist den. Ohne Witz. Jetzt dauert das nochmal so lang, oder was? Jetzt sind wir im orangenen Gebiet. Gut, Leute. Kein Boss für uns. Aber das war es dann mit dieser Folge. Wir haben einen neuen Doppelsprung bekommen. Und eine neue Charme. Und was weiß ich alles. Hat auf jeden Fall mega lang gedauert. Achso. Ich habe mich gerade gefragt. Was ist jetzt passiert? Aber ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Hier geht es noch mehr zur Story, Leute. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal.